Ich bin voll vernichtet, Alter. Ja, nein, aber richtig. Also ich bin so komisch, ich hab's oben. Reiter, wie wär's eigentlich mit einem spontanen Vlog? Ich hab ja überlegt, auch im Anbetracht der Tatsache, dass meine YouTube-Präsenz ja so dermaßen stagniert ist, dass ich einfach aufhöre. Also, ich mach keine Vlogs. Keiner guckt Vlogs. Bescheuert. Ich hab auch keinen Bock, für die drei Leute, die so beschränkt sind und mich feiern, irgendwas in die Kamera zu labern. Und da war irgendwie noch blöd zu gucken. Also, peaced out, Leute. Kann ich noch, ist noch an? Wissen ist Macht und seid nicht so dumm, sondern wisst lieber was.